Nachdenkseiten Die kritische Website Das Grauen kommt auf leisen Sohlen daher Ein Artikel von Bernd Liske Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Man muss sie erkennen und man muss sich ihnen stellen. Es war Sonntag, der 2. April. Gerade hatte ich mit meiner Frau Kaffee getrunken. Kurz vorher kommentierte ich noch Ralf Fuchs vom Zentrum Liberale Moderne, der darüber sinnierte, warum der Westen Angst vor einem Sieg der Ukraine hat und sich fragte, weshalb wir nicht alle unsere Ressourcen in die Waagschale werfen. Ich wollte meine Frau gleich zum Bahnhof fahren. Auf meinem Handy schaute ich nochmal schnell bei T-Online, wie Magdeburg gegen Rostock gespielt hatte. Auf der Startseite fiel mir ein Artikel auf mit dem Titel Ukraine kündigt sogenannte Entgiftung der Krim an. Ich blätterte rein und schluckte. Nachdem ich meine Frau zum Bahnhof gebracht hatte, fuhr ich zum Fitness. Auf dem Parkplatz suchte ich vergebens auf Twitter nach weiteren Meldungen mit der Schlagzeile. Auch T-Online hatte zu dem Artikel noch keinen Tweet abgesetzt. Fündig wurde ich aber doch, weil ich in der Timeline eine Meldung der Welt sah. Kiew veröffentlicht 12-Punkte-Plan für eine Befreiung der Krim. Meine Situationskomik schlug sofort an. Im Schrifttext ist mein Tweet verlinkt. Entgegen meiner schon länger bestehenden Erfahrung, dass all meine Tweets unter »Weitere Antworten anzeigen«, insbesondere solche, die beleidigende Inhalte enthalten könnten und dort an die letzte Stelle einsortiert werden, was ihnen in der Regel große Aufmerksamkeit sichert, überaus passend wurde mein Tweet diesmal dort nicht eingeordnet. Nein, offensichtlich wurde er durch die Redaktion der Welt gelöscht. Am Abend machte ich mich weiter auf die Suche. Fündig wurde ich bei der Tagesschau beim ZDF der Süddeutschen Zeitung, der FATS beim Fokus, der Deutschen Welle und Merkur. Bis auf die Deutsche Welle findet man in allen Texten das Wort Entgiftung. Beispielhaft soll aus der Tagesschau zitiert werden, für jene Leser, die nur ungern denen im Schrifttext verlinkten Links folgen. Ich persönlich liebe Links. Zitat Seit 2014 steht die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer unter russischer Kontrolle. Nun hat Kiew einen Zwölf-Punkte-Plan für ihre in Anführungszeichen Befreiung vorgelegt. Von Säuberung und Entnazifizierung ist die Rede. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrates hat einen Plan vorgelegt, wie die Krim nach dem Ende der Besatzung aussehen soll. Den Zwölf-Punkte-Plan veröffentlichte er auf Facebook. Und weiter Säuberung nach dem Vorbild der Entnazifizierung. Die Vertreter des Machtapparates in Moskau bezeichnete er als Müll. Die Staatsdiener auf der Krim, die sich bei der Annexion mit den russischen Besatzern eingelassen hätten, würden einer Säuberung unterzogen. Nach dem Vorbild der Entnazifizierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg teilte Danilov mit. Besonders erwähnte er auch Richter, Staatsanwälte und Angehöriger der Sicherheitsorgane, die sich 2014 auf die Seite Russlands geschlagen hätten. Ukrainer, die für die von Moskau eingesetzte Regionalregierung gearbeitet haben, sollen strafrechtlich belangt werden, staatliche Pensionen verlieren und von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden. Alle russischen Bürger, die nach 2014 auf die Krim gezogen sind, sollen dem Plan zufolge vertrieben werden. Grundstückskäufe und andere Verträge sollen analysiert werden. Außerdem sollten alle politischen Gefangenen, darunter viele Krim-Tataren, umgehend freigelassen werden. Zitat Und weiter Der von Moskau ernannte Stadthalter in Sevastopol, Mikhail Rasvoshayev, bezeichnete Danilovs Plan in russischen Staatsmedien als krank. Es wäre falsch, die Äußerungen kranker Leute ernst zu nehmen, sagte er. Man muss sie heilen und darum kümmert sich gerade auch unser Militär, sagte Rasvoshayev im Hinblick auf den Krieg gegen die Ukraine, der in Russland Spezialoperation genannt werden muss. Zitat Ende Tagesschau Passend zu dieser Meldung schließt die Tagesschau, Danilovs Überlegungen kommen in einer Phase des Krieges, in der die ukrainischen Streitkräfte vermutlich eine offensive Zurückeroberung russisch besetzter Gebiete vorbereiten. Dabei könnten auch vom Westen gelieferte Kampfpanzer und andere moderne Waffensysteme zum Einsatz kommen. Russische Truppen konzentrieren ihre Angriffe derzeit auf die Stadt Bachmut im Donbass. Die Kämpfe dauern seit acht Monaten an, ohne dass sie die Stadt vollständig erobert haben. Zitat Ende Tagesschau Was bei allen Artikeln auffällt, sie kommen als reine Berichte ohne jegliche Emotion und Kommentierung daher. Ganz anders war das noch, als im Februar über einen anderen, im Schrifttext verlinkten Zwölf-Punkte-Plan berichtet wurde, die Friedensinitiative Chinas. Dort heißt es, Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keine Ignoranz, keine Selbstgefälligkeit, keine Dummheit, kein Trick, keinen Schwindel, keinen Betrug, kein Laster, das der Auseinandersetzung und der Offenlegung vorenthalten bleiben soll. Begegnet ihrer fehlenden Achtung durch Achtung, offenbart ihr Schweigen als Feigheit, ihre Logik als Verlogen, ihre Reden zum Eigen statt zum Gemeinnutz, ihre Intriganz anstelle ihrer Integrität. Doch macht sie nicht vor aller Augen lächerlich, denn wir sind ein Volk, das nur zusammen eine Zukunft hat. Macht euch nicht mit ihnen gemein, sondern verändert euch durch die Auseinandersetzung mit ihnen. Und früher oder später wird die Meinung der Öffentlichkeit den Wert erkennen. Die Auseinandersetzung und die Wahrheit allein genügen wahrscheinlich nicht, aber sie sind die einzigen Mittel, ohne die alle anderen versagen. Damals meinte die Tagesschau, das sei keinesfalls ein umfassender Friedensplan. Im ZDF durfte Außenministerin Annalena Baerbock sagen, Chinas Zwölf-Punkte-Plan unterschlage, dass die Aggression von Russland ausgeht. Der Spiegel meinte, der nutzlose Plan aus China. Zeit Online erkannte, China ist ein Komplize des Aggressors. Die Süddeutsche Zeitung war sich sicher, Frieden in der Ukraine, darum ging es Peking nie. Und die FATS sah nur Chinas dürres Friedenspapier. Und noch etwas anderes fällt auf. Im Gegensatz zu der Auseinandersetzung mit dem Plan Chinas sucht man dieses Mal vergeblich nach Kommentierungen des ukrainischen Planes durch das politische oder journalistische Establishment. Das Land der Ahnungslosen muss nicht über ein paar Meldungen hinaus unnötig gestört werden, mit denen man am Sonntagnachmittag zwischen 14.19 Uhr und 16.28 Uhr journalistischen Pflichten nachgekommen ist. Eigentlich sollte jeder halbwegs gebildete Deutsche über den Begriff Entgiftung stolpern, wenn er im Zusammenhang mit Menschen verwendet wird. So sagte Adolf Hitler in seiner Rede vor dem Deutschen Reichstag am 23. März 1933. Sie wurde als Rede zum Ermächtigungsgesetz bekannt. Die Regierung ist entschlossen, die politische und moralische Entgiftung unseres öffentlichen Lebens durchzuführen. Zitat Ende. Die weitere Entwicklung ist Geschichte. Und so ist zu erklären, was ich unmittelbar nach der ersten Wahrnehmung auf meinem Handy in dem oben bereits erwähnten Tweet schrieb. Zitat Sind wir schon so weit, Herr Ulf Posch, dass die Medien Werbung für faschistische Ideologie machen, anstelle der Entgiftung Deutschlands von den Juden, die der Krim von russlandfreundlichen Russen durch Ukrainer? Zitat Ende. Dem entrüsteten Mainstream über einen solchen unangemessenen Vergleich kann entgegengetreten werden. Am 14. Oktober vergangenen Jahres titelte der Tagesspiegel Gerüchte um Umgang mit Kollaboratoren. Selenskyj wirbt nach Rückeroberung um Vertrauen in besetzten Gebieten. Zitat Ende. Schon in der Subline lässt man den Leser wissen, der ukrainische Präsident betont, dass nur solche Ukrainer, die die Okkupanten unterstützten, etwas zu befürchten haben. Zitat Ende. Und fügt sinnigerweise hinzu, Russland hatte zuvor offenbar Angst geschürt. Zitat Ende. Am 14. November zeigt das ZDF einen freudestrahlenden Präsidenten, der das befreite Kherson besucht. Nach Sätzen über die feiernde, aber notleidende Bevölkerung findet man auch das, Zitat, russische Soldaten, die zurückblieben, als ihre militärischen Befehlshaber in der vergangenen Woche die Stadt verließen, wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten festgenommen. Die ukrainische Polizei hat die Bevölkerung zudem aufgerufen, bei der Identifizierung von Personen zu helfen, die mit den russischen Streitkräften kollaborierten. Zitat Ende. Will man wissen, wie es in Kherson weiterging, muss man auf Quellen wie den im Schrifttext verlinkten Antispiegel zurückgreifen. Will man die darin umfangreich diskutierten Kriegsverbrechen in Zweifel ziehen, stolpert man unter anderem über ein Foto bei Associated Press und kann darüber spekulieren, was der ukrainische Präsident meint, wenn er die Neutralisierung von Saboteuren ein laufendes Projekt für die ukrainischen Soldaten nennt. Was sich in dem Zwölf-Punkte-Plan für die Krim manifestiert, bewegt sich in der Nähe der Wannsee-Konferenz und des Kommissarbefehls vom 6. Juni 1941. Sicher kann darüber spekuliert werden, dass die gerade jetzt erfolgende Veröffentlichung dem Ziel dient, die gegenwärtige Truppenkonzentration mit der Ausrichtung auf die Krim damit zu untersetzen und Russland zu bewegen, noch größere Anstrengungen zur Verteidigung der Krim zu unternehmen, aber bei der erwarteten ukrainischen Offensive an einer ganz anderen Stelle anzugreifen. Aber das Papier ist in der Schublade. Und wenn es der Ukraine tatsächlich gelänge, die Krim zu erobern, wissen die Soldaten, was zu tun ist. Der Unterstützung des Westens und insbesondere Deutschlands kann sich die Ukraine dabei sicher sein. Im Januar vergangenen Jahres antwortete Außenministerin Annalena Baerbock auf die Frage, ob ihr erklärter Wille, die Ukraine müsse den Krieg gewinnen, auch die Rückeroberung der Krim beinhalte, Zitat, die Krim gehört zur Ukraine und sie wurde 2014 völkerrechtswidrig von Russland besetzt, Zitat Ende. Auf der Krim-Konferenz im August sicherte Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine dann zu, sie so lange zu unterstützen, wie es nötig wäre. Und meinte, die internationale Staatengemeinschaft würde, Zitat, die illegale imperialistische Annexion ukrainischen Hoheitsgebietes durch Russland niemals akzeptieren, Zitat Ende. Was heutzutage nun bedeutet, die Ukraine so lange zu unterstützen, bis sie in die Lage versetzt ist, den Zwölf-Punkte-Plan umzusetzen. Um sich zu vergegenwärtigen, was das für die Bevölkerung auf der Krim bedeutet, kann man sich neben den Erfahrungen in Kherson auch mal mit den Lebensverhältnissen auf der Krim beschäftigen. Auch hier muss auf den Antispiegel zurückgegriffen werden, der von einer Verdreifachung der Gehälter und Renten nach dem Referendum 2014 schreibt und immer wieder auch Einblicke in den russischen Lebensstandard gibt. Dem stehen Berichte über das hochgerüstete Armenhaus Europas gegenüber, aus dem sich das neue Mexiko Europas mit billigen Arbeitskräften bedient. Man kann sich vorstellen, wie bei einer solchen Perspektive die russische Bevölkerung auch auf das deutsche Engagement schaut. Dass darüber hinaus die Weltgemeinschaft sehr genau verfolgt, wie der Westen in seinem Kampf für Frieden und Freiheit eskaliert und sich fragt, wann für das eigene Territorium ein Zwölf-Punkte-Plan auf der Tagesordnung steht, darf als sicher betrachtet werden. Wenn man eine zunehmende Anzahl von Erfahrungen der letzten Zeit berücksichtigt. Soweit also die Reflexion zu einer Wahrnehmung an einem Sonntag in Deutschland im April des Jahres 2023. Im Jahr 34 der sogenannten Zeitenwende des Mauerfalls. Indem ich mich schon eine Weile frage, wie lange wir noch brauchen, um in das Jahr 39 vorzudringen. Gegen ein Uhr nachts wachte ich auf, meine Gedanken kreisten nur noch um die Informationen des zurückliegenden Tages. Gegen zwei stand ich auf, machte mir eine Tasse Tee, setzte mich an den Computer. Gegen sechs legte ich mich wieder für eine Stunde ins Bett. Und dann begann ein neuer Tag. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. kilometers in der beiden